Das Triops Country Formus Komplettset mit 6 Litern für den europäischen Schildkrebs. Gibt es mit grünem Deckel, mit blauem Deckel oder auch rotem Deckel. Was ist enthalten im Set? Die Uhrzeitkrebsdusche, um Wasser aufzufüllen oder auch Eier mal vom Rand abzuspülen. Ein Kescher, um Tiere zu entnehmen. Eine Pipette, um Futterreste mal aufzunehmen oder auch Eier vom Rand abzuspülen. Ein Thermometer für die Überwachung der konstanten Wassertemperatur. Ein kleiner Schlauch, um Wasser abzusaugen für den Wasserwechsel oder Futterreste, kann man damit auch absaugen. Das Uhrzeitkrebsfutter, sehr feines Futter für die Nauplien und die kleinen Triops für die ersten zwei Wochen. Ein Rührstäbchen für die Dosierung des Futters und um Futter im Becken dann zu verteilen, damit man nicht ins Wasser greift. Uhrzeitkrebssand, in dem die Triops, wenn sie groß sind, wühlen und auch ihre Eier abblicken. Darüber hinaus gibt es im Set einen Schwandfilter. Luftbetrieben mit entsprechendem Anschlussschlauch und einer Luftpumpe und natürlich dazu eine kleine Anleitung für den Aufbau und Betrieb des Filters. Was nicht fehlen darf, sind die Triopscranciformis Ansätze oder halt verwandte Arten beziehungsweise Farbformen. Triopscranciformis Synthlex beispielsweise oder Mauritanicus. Entweder zwei Tütchen, Größe kann variieren, das hängt von der Eikonzentration ab. Deswegen für einen Ansatz nehmen Sie immer ein komplettes Tütchen. Darüber hinaus natürlich unsere umfangreiche Anleitung, auch mit Hinweisen für die besondere Haltung und Zucht dann vom einheimischen Sommerschildkrebs oder Variant. Und ein Hintergrundbild aus einem Triopscranciformis Biotop. Das ist unser Triopscranciformis Komplettset 6 Liter.